In Südafrika kann man dieser Tage nicht nur wilden Tieren begegnen, sondern auch so mancher wild gewordenen Schönheit. Ich möchte weinen. Es ist so toll. Mein Traum geht in Erfüllung. Miss Sierra Leone im siebten Himmel. Mariato Karkbo ist in einem Designerkleid von Danny Tabit, Insider kennen ihn genau, zur Miss World Fashion gekürt worden. Die junge Dame konnte sich mit ihrem Hüftschwung gegen eine Vielzahl von talentierten Konkurrentinnen aus aller Welt durchsetzen. Dabei ließen die Ladies teilweise sehr tief blicken. Natürlich war das nicht das Hauptaugenmerk der überwiegend männlich besetzten Jury. Wegen ihrer Ausstrahlung erhielt die Mexikanerin Pala Beltran Acosta den Preis als Miss World Topmodel. Sie war zuvor bereits zur schönsten Frau ihres Landes gekürt worden. Ich kann es gar nicht glauben. Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Viele missen aber bitte keine Missverständnisse. Der eigentliche Wettbewerb steht noch an und am Ende kann es nur einer auf dem Miss World Throne geben.